ja hallo ich heiße euch herzlich willkommen hier auf meinem youtube kanal trackaholic germany die fernfahrer doku ja der name ist programm fernfahrer doku hier seht ich fahre lkw und zwar im innerdeutschen fernverkehr das heißt ich bin heute mal da morgen mal hier und übermorgen ganz so anders meistens weiß ich montags nicht wo ich mich mittwochs umtreibe aber das ist das was mich was mir an den job so gefällt ich bin auch fernfahrer aus leidenschaft ich hab da so genannte diesel im blut und ich möchte euch daran ein bisschen teilhaben lassen was ich den ganzen tag zu treiben oder was wir fernfahrer den ganzen tag zu treiben und mal so ein bisschen aufräumen wie zuvor unterhalten das berühmteste vorurteil ist glaube ich dass wir den ganzen tag vor unserem bett sitzen und aufs quetzer gucken ein stück weit ist das wahr aber wir haben ja auch anderes zu tun wir müssen bladen entladen ladung sichern uns herumärgern mit den kunden oder auch mit terminen die nicht funktionieren und so alles werdet ihr sehen in meinen videos auch wenn ich euch teilhaben lassen nach den strecken die ich fahre ich fahre viel viel in süddeutschland auch viel schwarzwald und so das heißt hier nicht nur autobahn sondern auch landstraße da gibt es sauschöne gegenden vor allem in der jahreszeit jetzt das heißt der sommer steht vor der tür oder der sommer ist schon da und auch auf dem chaos auf der autobahn möchte ich euch berichten was da so manchmal abgeht das ist unglaublich wir werden auch themen aufgreifen die für berufskraftfahrer wichtig sind das heißt sozialvorschriften sowie trink und uhrzeiten ladungssicherung fahrzeugbe- und entladung und was da so gerecht ist und nicht gerecht ist auch ein bußgeld bescheiden und so darüber werden wir reden und über alles was mir so einfällt ja dann wünsche ich euch jetzt viel spaß mit teil 1 meiner fernfahrer druckung eigentlich ist teil 3 aber ja teil 1 und 2 habe ich fertig abgedreht und auf einem usb-stick gespeichert aber die sind für die nie wieder ich wollte am sonntag die teile hochladen ich habe suchen aufgegeben deswegen haben wir heute mittwoch also fangen wir von vorne an streichen wir das halt so gesehen als probe ab ja und da wir morgen frohe leichnam haben also morgen feiertag zumindest in sechs bundesländern oder acht bundesländern in deutschland werde ich morgen frei haben außer ich muss in den norden fahren was ich nicht glaube ich bin jetzt auf dem weg zurück nach dortmund zum platz er hat noch nichts gesagt am telefon also wird er auch nichts kommen ja freitag eventuell brückentag deswegen diese woche eine kurze folge ich wollte mich euch auch nur kurz vorstellen ihr werdet mein lkw noch zu sehen bekommen das wenn wir uns auf der autobahn mal treffen dann kann man mich ja mal grüßen ich grüße auch zurück über funke die auch erreichbar 9 am wie sich das gehört ja in diesem sinne nochmal viel spaß bei teil 1 auf geht's ein 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 Musik Erstes Fahrvideo, erstes Chaos, aber das ist hier nichts Ungewöhnliches. Ich bin nämlich auf der A3 in Richtung Köln, also Richtung Dortmund jetzt in Köln, kurz vorm Leverkusener Kreuz, wo die besagte Leverkusener Brücke ist, die kaputt ist, schon seit Jahren und auch noch, ich glaube, bis 2020 für LKW nicht befahrbar sein wird. Deswegen knubbelt sich das hier alles immer gerne ein bisschen. Und wir haben jetzt Viertel vor zwei, dann noch ein Tag vorm Feiertag. Also wenn hier kein Stau wäre, das wäre sehr, sehr ungewöhnlich. Die Staus hier auf den Autobahnen sind bei den Speditionen in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, auch alle mitgerechnet. Also bei uns ist das so. Also solange das hier nicht länger wie eine Stunde dauert, brauche ich keine Anrufe um Bescheid sagen, weil das ist hier ganz normal, dass hier Stau ist. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich Pferdverkehr fahre und kein Nahverkehr hier im Urgebiet, weil das ist egal, wo man hier fährt und zu welcher Uhrzeit eigentlich, außer ganz früh. Oder man hat die Grau die Stunde erwischt, vor Mittag. Sonst ist hier mal alles zugeschissen. Ob das die A40 ist, über Dortmund-Essen, bis nach Mülheim, darunter. Oder die 46 bei Düsseldorf. Oder die A1 sowie die A3 bei Köln. Das hier ist immer alles nicht. Also das macht auch keinen Spaß. Ganz im Ernst. Ich bin eine meiner Kollegen, die bei uns in der Firma den Nahverkehr hier im Ruhrgebiet fahren. Also die fahren Verteilerverkehr mit 7,5 Tonnern und 12 Tonnern. Bedeide ich dich. Keineswegs. Ich habe das früher auch gemacht. Ich bin auch hier in den Nahverkehr gefahren, auch mit 7,5 Tonnern. Dann bin ich hier auch mal umgestiegen auf Fernverkehr in 7,5 Tonnern mit Hänger. Ja und vor ein paar Jahren bin ich dann zur Fahrschule gegangen und habe da meinen Führerschein gemacht. Weil die ich selbst finanziert, ja. Also nicht durchs Arbeitsamt oder so. Ich habe das aus eigener Tasche bezahlt. Aufgrund, weil ich den Klasse 3 schon so lange hatte, braucht die auch diese IHK-Prüfung nicht machen. Das heißt, ich muss hier nur meine Module machen. Und alles war schön. Ja, wir gucken mal, dass wir hier durchkommen. Dann sind wir schon fast am Platz. Also ich habe jetzt mal 77 Kilometer. Das ist ja eigentlich ein knappes Stündchen. Aber uneigentlich wird das wohl etwas länger gemacht. Ja, wir müssen jetzt hier auch rüber. Aber jetzt hat sich natürlich wieder keiner rein. Ja, das ist ganz klar. Ja, wie gesagt, ich quäle mich hier so ein bisschen durch und ich melde mich später nochmal wieder. Bye, bye. Ja, das ist ganz klar. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 zusammen so damit das nicht wieder entgegen kommt das ist auch drauf ist also lämpchen irgendwo das ist mal schauen ich glaube wir gehen jetzt hier die krise und jetzt gibt es doch gar nicht so jetzt auch das ein paar minuten ich weiß nicht ob man sehen kann ich glaube nicht er leuchtet noch rot er rechnet doch wir schauen mal ich gucke mal dass ich irgendwie hier noch strom von meinem navi hinkriege weil sonst muss ich ohne navi fahren das ding muss nämlich am strom bleiben da ist zwar ein akku drin aber nur ganz ganz kleiner glaube ich ich bin michael so ich roll wieder es hat alles funktioniert die uro ziehe ich verbraucht das geld von meinem chef ja strom für mein navi habe ich jetzt auch da war hier jetzt habe ich zwei stecken ich fahre jetzt noch bis nach schiller halt hin die leute sind eigentlich recht fix auf das heißt hin fahren 20 min brauchen die zum abladen das ist ein voller aufwieger habe ich erfahren aber die machen das rückgärts an der rampe das sind 18 sehr fließender verkehr auf E34 schrägstrich A21 spursperrungen zwischendurch gut zentrum N19 A21 E34 schrägstrich A21 und Lille N153 A21 E34 schrägstrich A21 zwei minuten verzögerung ja darf ich vorstellen wir reichen ihr ziel um 8.45 Uhr mein TomTom das redet viel mit mir ich meine ich könnte es ausmachen aber dann kriege ich das nicht immer so ganz mit dann soll er mir ruhig an rein labern ist nicht so schlimm ja wie gesagt die brauchen nicht lange das geht recht fix bei denen die fahren da mit dem Stapel dann rauf das sind 18 IBCs mit Gefahrgut das laden die ab und dann gehts wieder zurück nach Dortmund vielleicht wir wollen irgendwie noch etwas umsammeln oder so ich hoffe es wird auch ein bisschen lange dran wir haben früh angefangen aber ich werde hier eigentlich auch früh drauf sein bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde vorschlagen, ich mache Feierabend für diese Woche jetzt Ich fahre jetzt auf den Platz zurück, wie gesagt Da werde ich den LKW in der Ecke stellen Mein LKW für nächste Woche vorbereiten Abnächste Woche geht es wieder in der Ferne Diese Woche war ja nicht viel ferne Montag, Dienstag, Nahverkehr gefahren Mittwoch, heute Tagestour gefahren Aber Montag wird es wieder losgehen Quer durch Deutschland Da nehme ich euch dann wieder mit Und da wird es auch mehr Videomaterial geben Wie gesagt, Videotagebuch von jedem Tag ein bisschen Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen Ich hoffe es hat euch gefallen Es kann auch besser werden Lasst einen Daumen da, entweder hoch oder runter Und ein Kommentar wäre nicht schlecht Weil so nach und nach werde ich auf eure Kommentare auch eingehen Und die erwähnen hier in den Videos Ja, was bleibt noch? Abonnieren nicht vergessen Ganz ganz wichtig Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet Wenn es wieder heißt Trucker Only in Germany Die Fernfahrer-Dum Bis dahin Bye-bye Schönen Sonntag noch